hallo mein graf freunde und weiter geht's in und keinen jama da der ist verwechselt ja jama ist immer noch nicht da leider jetzt immer ins intro rein ruft während du das sagst was wir brauchen jemanden der dich bei der ansage unterbricht irgendwie bin ich hier meine maus hat immer noch was das irgendwie bin ich hier falsch ja ja ist normal und bevor sich jetzt wieder 3000 leute fragen warum wir jetzt hier nicht die schilder haben die wir doch in der einen im live stream hingesetzt haben diese episode wurde vor dem live stream aufgenommen kommt aber nach dem live stream auf youtube also noch keine schilder weil noch nicht live stream für uns war hat ihr das verstanden gut hier will ich auf jeden fall noch treppen hin machen ist gut und warte mal ich bin gerade diese episode ich bin so um die steine die bräuchte ich noch mal habe keine aufgabe mehr seitdem fertig ist heute mal den sendgarten langsam anfangen das machst du ich brauche erst mal wo ist denn die truien die habe ich abgebaut ach mist ich hätte das zeug gebraucht das material findest du alles in der sortiermaschine ja wundervoll sortiermaschine ist hier und dann hier hast du die ganzen items so jetzt mal gucken hier was brauchst du denn ja 155 die 155 quarts genau quarts war doch hier vorne habe ich das nicht gesehen ja da vorne ist das neben der redstone fackel ich hatte die blöcke eigentlich gesucht aber okay nehmen wir das auch wenn du kannst es einfach verkraften weil wir hatten nämlich auch blöcke das weiß ich was so die blöcke können eventuell hier sein gemeißelter quarts block habe ich einen normalen quarts block aber das sollte schon reichen quarts block so dann haben wir ja auch eichenholz noch ja hier hinten ist ganz viel eichenholz hier ist ein halber arena ich muss immer alles hier hin bitteschön ich muss mal gucken wo ich den sendgarten hin baue ich bin ja mal unterwegs ja ich suche mir jetzt ein schönes kleines plätzchen wo wir dann den sendgarten bauen wenn ich für das dahinten noch ein bisschen anpassen damit das schöner wird mein pc ist einfach aktuell so übelst im arsch genau da jetzt für den neuen pc von roth so das heißt warum funktioniert das nicht ich brauche eigentlich noch ach ich weiß schon was falsch ist ist hinter dem pool etwas nicht dass ich wüsste sonst brauchte ich nämlich dahin was brauche ich jetzt stimmt das so das ist einmal dieses glaube den können wir hier hin bauen wenn ich das richtig sehe so gut dann würde ich sagen sagen sammeln wir ein bisschen gunpowder ein bisschen dann sprengen wir das ganze wieder ein bisschen weg und so genau aber das ist schon richtig so dann aber das wird wieder 10.000 jahre abbauen sein wird wahrscheinlich nicht reichen jetzt muss ich nur noch zwei dinge holen und dann geht's los so passt das ein bisschen dazu dann müssen wir hier was ich baue den weg aus zum lift ja wo soll der lift eigentlich hin führen nach unten da ist da auch jammer kunstgalerie ach das leckzimmer genau das so weit ich entscheide um läge backt einfach der gesamte sound im pistenhaus zimmer so machen wir das mal süße so und da oben wäre es eigentlich gar nicht so notwendig gewesen oder er gucken wir dann gucken wir dann wie das so dass jeder den alten skin drin ist und jetzt passen wir wieder alles bros hat den 1 gehen wieder kann ich ja die wände ist mit dem alten skin machen machen wir weg aber trotzdem das falsche weil das 1 8 mal anders so erst einmal das bisher runter soll ich erst mal aber tmt jetzt wird gesprengt hier so genau die rettung das baue ich weiter sobald alle kommentiert haben so was man da noch heißt so bist du unsichtbar wer ist unsichtbar haben geister im pistenhaus ich weiß dass du das bist ich weiß dass du das warst ich gucke auf youtube ich bin bei das blieb arena dann war es pain einer von den beiden war es ich gucke auf youtube so jetzt will ich erst mal tmt stimmt das wollte ich holen auch mal ein block raus machen zwei block so hä was sind hier drin fackel einsammeln ach so ah mein texture pack zeigt lang zeigt kein glas an deswegen bei mir war in einem eigentlichen mal auf meine mist macht doch gar nichts der falsche stein der stein aus den stein der weisen ich brauche ich brauche diesen gemeißelten platz blog habe ich dir eben zugeschmissen ja hat aber nicht gereicht wie macht man den noch mal versuch ins crafting fällt das rein zu hauen dann versuchen mit hör doch mal auf mit dem ist wenn die übereinander macht raus das bin nicht ich ja ja woher wie sie trollexpertin hier wie macht man das jetzt keine ahnung mein körper ist ja aussieht mein kräftig oh mein gott können wir tnt herstellen ach hat die noch haben wieder genug geliefert dafür das kann man so nicht mal so nicht so nicht so nicht also ich kann diese säulen die kann ich herstellen aber die will ich ja nicht mal 44 dann kommt mal ich bin ja ich bin ich habe doch not enough items zudem ja da hätte auch noch so da muss ich erst haus selbst machen ja habe ich doch gesagt alles übereinander warum sagst du das nicht habe ich gesagt du hörst aber nie zu warum hast du das nicht gesagt nichts als sand und alle fünf minuten müsste ich auf die rote genau so wir könnten ja die folge schön zu kommen dann kann der feld auch schnell wieder weg sagt was da werden wir nämlich einige brauchen denke ich so 20 tnt dürfte genau so schade ist richtig gute rüstung aber trotzdem gar nicht was noch nicht schießt übrigens was und ich bin es nicht ja ja das behaupten alle so ich sind dich an der club das nehmt das feuer zu setzen ich habe sogar da gerade drauf gewartet dass es einfach in die luft geht so und das da ist ja der lift das heißt das darf man nicht das lassen wir so stehen hier ist der lift lift das heißt ja genau wenn ich schon keine folge hat man hat nichts zu tun gibt mir eine aufgabe dann habe ich was zu tun kommen bewundere mit mir jetzt eine sprengung die ich durchführe was für eine sprengung hallo hinter der sprengung keine angst kennt sich aus ja nee ist klar das macht mich irgendwie nervös hast du beweise dafür in seinem namen fehlt ich wollte im zen garten also so ein richtig schön das ist ja mal 2.0 ich finde das auf den extrem lustigen war hier eins höher das feuer damit so und von wollen macht immer was darüber gibt ja und diese partikel das wird ja dann wirklich wie ein feuer block genau so etwas wird sie mit die sprengung sehen jetzt gerade nicht nur weil ich will mir hier gerade mal gut da ich das wasser schon da unten hat das nicht voll ja da müssen wir noch sozusagen den eingang ein bisschen deutlicher kennzeichnen das hier so hat das kannst du machen noch ein paar stände in der spivarena 8 kommt schon ein paar gibt es ja nicht und welchen das war noch ein vorschlag geht doch wundervoll doch das geht auf die debilität der rüstung also liebe zuschauer wenn das bei euch nicht auf anheben geht einfach nochmal probieren ja so so machen wir das und beide richtungen sagen so zwei so circa und da 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 willst du mir kurz helfen hier noch das nicht dass ich wieder irgendwo runterfalle hast du ein eimer milch was hast du ein eimer milch nein so warte ich gebe dir ein eimer dann musst du warten bis ich die zur kuhfarmen ich glaube ich nicht mehr viel vermehrt in der gleichzeitig noch mal die kühe eben so dann hast du was zu tun und gehen wir bei den schaften ein bisschen wolle farmen falls wir noch was brauchen was machen okay ich glaube nicht dass wir heute brauchen das ist erst mal nicht aber wenn wir was wollen wir einen runter boah ich hab gesagt du sollst das genau das ist richtig das ist nicht richtig da muss eine höher so richtig viele haben ja ich sehe es aber ich dachte nicht drauf genau wo du dich nicht dass du ins feuer läuft habe ich bei dir auch gerade den machen wir schon mal ein paar tikel gehabt aber nicht gebrannt am anfang ne bei mir nicht bei mir schon der bug der minecraft hat ja sowieso wachs ohne ende jetzt habe ich gesehen dinner bauen hat das glaube ich auf reddit gepostet in minecraft 1.8 soll man irgendwie zwei dinge gleichzeitig halten können 18 ja 19 ja denke ich mir gefällt mir gerade nicht was sagt ihr dazu metos ich sage dazu gar nichts weil ich habe nicht zugehört kann man die beide nutzen ich weiß es kann in der 19 kann man eventuell beide hände verwenden wie beide beide hände auf jeden fall cool das habe ich auch schon gesehen mit rechtsklick das hat irgendwie dann so eine regel mit rechtsklick ob das was beeinflusst oder nicht okay dann kann man halt muss ich das verstehen in der anderen hat eine ender perle zum beispiel da guck jetzt mich wieder sichtbar wie das noch was nur noch die wand hier und dann spreng ich mal so und ich brauche clean stone hat haben wir noch clean stone oder muss ich welches ganz lager oder oben bei meintes ist aus clean stone haben wir guck ins lager meint ihr seid so selbstständig ja endlich hilft sie mal mit hier ja ich habe wenn ich mir aber wenn ihr die infos habt dann brauche ich nicht überlegen aus vorzeit habe ich noch so jetzt sind das aber nicht an hinter da ja da ist reichlich oh mein gott nicht auch besser nicht hin gut die nicht anzünden aber sonst geht das so mit rein nicht anzünden wir verkabeln das mit redstone und sprengen das dann in die luft anzünden macht mehr spaß ist eine redstone fackel die ich gleich platziert kann es ja platzieren also irgendwie macht mich das nervös wer heißen nicht jahre und sprengen sind kontrolliert wir sind ein sehr effektives jahrelange ist unternehmen warum glaube ich das nicht weil du misstrauisch bist ja auch von haus aus aber dafür kann ich nichts daran ist pain schuld einfach so ich glaube dass du nicht überleben wird doch dann werde ich von der besten platzieren wir die witz und facke hier in der mitte also hier hast du deine witz und fackel was hier in der mitte in der mitte am besten dass das kabel über also hier hier am besten so wir kriegen das los das hat sich gerade nicht gut angehört das war irgendwie ganz nah bei mir dass die wand reparieren da ist ja kein großer schaden wenn ich das jetzt jetzt kommt das gut ich glaube ich habe mir das zeug die wand muss nach außen warum habt ihr nicht gesagt dass die wand 1 nach außen muss bitte die 1 nach außen waren ja das hättet ihr mir doch sagen können haben wir vergessen sorry aber irgendwie war die springung nicht normal also normalerweise ging das besser ja beim letzten mal zum beispiel das was wir mal im live stream gemacht haben als wir den raum für die spieferin ausgehoben haben war das viel cooler ich weiß was ich falsch gemacht habe ich bin ja auch so ein idiot ja was hast du falsch gemacht hast die map kaputt gemacht oder was ich hab's doch nicht falsch gemacht das sagen sie nicht alle so jetzt hier hier noch tiefer ich glaube ich muss noch quatsch holen das wird nicht ruhig ja ja hast du was zu tun also ich habe auch noch zwei unsichtbarkeitstränke so so jetzt kann man das zu machen hier ja kann aber nicht da sein so leid es mir tut der kann nicht da sein dann brauchen wir noch mal kurz ein bisschen gunpowder das hole ich noch mal und ja mal bald so dass ihr siehst wir vermissen dich ich habe das doch eh nicht seid ihr da mal nicht so sicher ja seid ihr da nicht so sicher so wie kann er das sehen wenn er nicht an den pc kann wer weiß bei freunden okay das war ein guter argumentationspunkt ja direkt mal wieder hier hat dir mein zeug anziehen fühle ich mich glatt ich höre andere geräte als den pc zum beispiel habe ich einen laptop wo ich hin und wieder videos gucke falls ich keine lust habe den pc anzuwerfen da oben liegen sie wusste ich doch die frage ja ich habe nicht in ganz oder ist das wenn ich den galt oder chest wenn ihn der gamp oder chest so dann müssen wir hier noch ein bisschen licht reinbringt aber das machen wir machen wir was demnächst nicht mehr heute was hast du bin ich habe noch vernünftig aus das heißt da muss noch korrigiert werden so dass aber jede menge eichenholz ob ich denn die auf einmal her hatte ich ja ich hab sie eigentlich läuft jetzt nicht ganz noch hätte ich habe das einfach da oben in die kiste rein so jetzt ist das eigentlich eh wieder von alleine sortieren äh leute ich brauche noch bilder dann aber wir machen das genau ich sage bis dahin und schuss Tschüss 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 Tschüss